Heute geht es um das Thema Selbstfürsorge. Tragen wir wirklich Sorge für uns selbst? Und das war so ein Schlüsselelement für mich. Wer ist eigentlich verantwortlich für mein Wohlergehen? Wer ist verantwortlich, damit es mir gut geht? Und das gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das könnte der Ehemann sein, das könnte die beste Freundin sein, das könnte die Gemeinschaft, in der ich mich befinde. Die sind alle zuständig für mein Wohlergehen. Das sind sie nicht. Weil derjenige, der verantwortlich ist für sein Wohlergehen, bin ich selbst. Ich selbst bin verantwortlich, dass es mir gut geht. Und das braucht natürlich gewisse Entscheidungen und gewisse Rahmenbedingungen. Wenn ich mich und meinen Körper behandle wie einen Sklaven und ich bin der Sklaventreiber, dann wird sich das negativ auswirken auf mein Wohlergehen, auf mein Körpergefühl, Körper, Seele, Geist. Warum? Weil ich innerlich beschlossen habe, ich bin Sklaventreiber und ich werde diesen Körper bis zum Ende, werde ich den so lange ausnutzen, bis er zusammenklappt. Das gilt natürlich für Körper, Seele, Geist. Nur in dem Buch sind wir als Schwerpunkt beim Körper. Und die große Frage ist, wollen wir das so bleiben? Wollen wir gerade erfolgreiche Frauen, wollen wir so erfolgreich bleiben, so anerkannt bleiben, so, wie sagt man, statusmäßig, in dem Status, in dem wir uns gerade befinden, von wegen Anerkennung der anderen, der Umwelt, wollen wir so bleiben und uns nicht darum kümmern, wie es uns eigentlich geht? Oder können wir Abstriche machen und sagen, na, entschuldige, wenn ich jetzt an Körper, Seele, Geist denke, dann kann ich nicht um 5 Uhr früh nach Berlin fahren und dann um 16 Uhr dort die Probe haben und dann um 19 Uhr dort die Vorstellung haben und dann um 22 Uhr dort wieder alles abbauen und entweder in derselben Nacht oder am nächsten Morgen zurückfahren. Das ist nicht möglich. Das sind Grenzen, die uns eigentlich gegeben sind. Aber man kann natürlich, wenn man sehr erfolgreich ist, jahrelang über die eigene Grenze gehen. Immer über die eigene Grenze gehen. Und dann macht Körper, Seele, Geist irgendeinmal einen Stopp. Dann merkt man hoffentlich rechtzeitig, dass wir uns nicht sorgen um unser eigenes Wohlbefinden. Wir haben diesen Auftrag vergessen. Liebe der Nächsten, wie dich selbst. Das haben wir einfach vergessen. Und für heute möchte ich euch mitgeben, schaut mal, was sind denn das für Dinge heute, an diesem Tag, die euer Wohlbefinden verbessern. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, wo du denkst, ja, ich glaube, heute würde mir das richtig gut tun. Das wäre die Aufgabe für heute. Ich habe es schon einmal erwähnt. Den Vers in Römer 12,2 stellt euch nicht dieser Welt gleich. Und zum Thema Sklaventreiber heißt das, ich darf mich auch nicht dem Tempo dieser Welt anpassen. Oder ich kann mich nicht dem Tempo dieser Welt anpassen. Wenn ich für Körper, Seele, Geist Sorge tragen will, dann braucht das eben auch Zeit. Und diese Zeit, die kann ich nicht vollstopfen, mit Geld verdienen, Erfolg haben und so weiter und so weiter. Und wir Christen sind eigentlich schon aufgefordert, ein bisschen anders die Zeitfrage oder das Tempo zu bewerten, als es um uns herum jeder tut. Also wir sind aufgefordert, uns tatsächlich Zeit zu nehmen. Römer 12,2 Stellt euch nicht mit dieser Welt gleich.